der kühlen von mir aus nicht tut mir leid leute ab in den weltraum könnte mir das verzeihen klar das ist ja eine schwein es ist passiert das ist jetzt wirklich passiert ich glaube der hat aber eine coole sonnenbrille wenn ich ehrlich bin ich glaube er eine coole sonnenbrille ich meine sie hat wirklich so cool ist die musik die musik hilfe der städte drinnen das raumschiff und radios wenn es ist wie für die zum zentralen aber auch feiner ich bin so gut wie die uns dargestellt werden woher war mehr so sind die tanz da die sind die sein du musst nachdem ein sehr gut ich habe das ohne nachdenken aber nur rang c ist sehen oder sie hat er hochgezogen 1 2 3 4 ja sehr sehr empfieke baby käme ist uns zu über 100 mussten betrachten ja sehr schön welches ist es da war es auch so da sagen wir oben wer es nicht ist es nicht gut ist dr da aus der letzten und sehr gut was ist ob und was ist ob und er hat der der geflüchteten aber uns setzen das ist lustig ich bin ich auch nicht hier war es ist was du tun die will nicht mit dem ständigen spiel zum bisschen zu es geht an der Szene aufpassen was war das denn zwar eine Zitrone hast du nicht das war eine Limone hier so ein bisschen ja es nicht doch in dem einen dessen Film aufpassen dort ist eine Spalte oh hier ist die Lücke jemand hast dir perfekt rein hier suchen bei Versuchbild bei Versuchbild ja das ist aber eine Ameise trotzdem gefunden dass er den Gesichter das links ist schon ausgefallen eine Karikatur alles gut also ich finde der sieht der ist am besten aus du hättest was ich machen müssen den Orden den Orden nein Ort der falsche falsche den scharfen jetzt ist mir ein Hund zu das gibt es gibt nur einen falschen er hat auch hier auswählen welch schwerer sehr gut nachgedacht richtig super gemacht wenn man was im Tag und klar war das also so der Lüge ich habe aufgepasst Geld für einen Rüstung in der Schule um ach so was ich verstehe das sind nach der Werbung wenn er überteilt ist das ist ja wo er in der Nähe Schauer aber wenn es ist da ein 1 Prozent der Akku Reisung der Arme das ist das zu tun ihm was zum Essen geben Kinder der Knarren sehr gut das das Leben Hunde greift an was ist zu tun die in Schönen Kempfer sehr gut nachgedacht das ist falsch benutze magie was setzt ein sturm sternen sturm sternen es verwirrt wieso sternen ist besser ich weiß auch nicht wieso die er ist zerstört sieht aber nicht so aus als ob die erde zerstört ist ist hier aber das sind im untergrund das merken die nicht also sind im raumschiff merken sie auch nicht ich werde kurz das zu drücken bis gleich zu kille bin ich hab jetzt schon gesagt du von dir aus klar ist das sehr gewohnt eine der ganzen exklusiv ganz normal der das der ganz der orangenen was richtig bei das haus am see bayern und am ende der schluss und jetzt bist du ja so sind es ist klar und auch so klingt ganz scharf nach sehr gut a jetzt sehe ich es auch da wie viele sind es in zwei das war wirklich nur zwei das spiel ist spaß war traurig das spiel ist spaß das spiel ist spaß dr das ist sehr schnell nachdenken Prozent wer hat er genau klar war was in der Köln was ist mit weil wir uns in der rechten wo er ist es da wo ein feil ist er auch da wie ein euro ich habe das nicht verstanden jetzt ich habe doch eh was gesehen in meiner Lupe hier karte mit was war das ist ein roh echt ja oha sah zwar aus wie nix aber ja das war ein roh das ist oder und es gibt nur einen falschen nicht einen richtigen richtig nur einen richtigen hallo killer benni in der zwischenzeit haben wir das spiel zweimal durchgespielt spielst du jetzt nochmal jetzt brauche anzuladen der war auch da zu früh getrunken das ist nicht das ist nicht mehr gelten das spieler wird wieder schwierig okay also passt gut auf suche eine katze die gestraft ist und ein bisschen streiten da überzahlt werden die roten ich sagte doch die man ist nur zu dritt ja die sind nur ein bisschen massiger deswegen wirkt es vielleicht das sieht okay wenn ich schwere die Sonnabend und das geht um mehr leichter auswählen welches war das etwa das nennen dass das kann nicht sein aus dem Spiel Weißdrache Weißdrache spielt Destiny Leute was schaue ich eigentlich noch Bild ist es auch da kommt auch schon der Herr schon der Hunde kommt ich glaube es sind ja er hat Hunger das ist falsch geschrieben und seine leben sind 333 ist es kein schlugen schlugen ich habe ein neues slogan hier da stand wirklich schlugen echt michael ausreichend das ist das ab 3 ist das spiel sterne setz sterne rein setz Prost Prost oje jetzt müsst ihr wirklich aufpassen Sieg sehr gut wir haben gewonnen denn der Gnadenstoß du besiegst Hunger ich glaube der hat Hunger aber nur einer hat überlebt von den armen Knirchen Knirchen Menschen da ist er wieder willkommen im Kirchturm so kommt er er stirbt von meiner Ehrfurcht von meinen Alienkräften Erdling Mist ich lasse ihn wieder runter Ciao ha 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 so erkennt oder er kommt trotzdem auf die Erde wahrscheinlich für es jetzt genau ins Erzgeschäft so wie ich dieses Spiel kenne klar doch schau sie ist so so klein ist das ne das ist jetzt das ist die riesige Station das ist halt eine optische Täuschung auf der Erde sieht man es kleiner ja oder so es ist jetzt so ein spiel da mit Rang ja ich hab das verrückt ein bisschen du hast es geschafft Input Error alles ein Roboter ab wo Input gehen auch so wer warst du? da gibt es ein Easter Egg wo denn? eh bei ihm aber wir müssen es noch mal machen wir noch nein ich mache jetzt Cut einfach so lange bis ähm ja okay ich mag es gar nicht egal Gott yes 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 mach es einfach so lange bis Schloss Georg Schloss Georg das ist ja ein japanischer Tempel sagt der Tempel den Godzilla in jeder in jedem Film zu stellen oh der zeigt was die Mittelfinger da ach ja so zwei riesige oha der hat Mittelfingerprothesen jetzt kommen seine fünf heiligen Geister oh je Ninjas Prinzessin Georg muss befreit werden he 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 oh Georg man müssen es dir geworden ey oh der Trommel oder was tut der hier? naja der tut Tassen hast du das? fordere mich heraus wer ist das jetzt? also es ist Cut oder? nein das ist Anna echt? und wer schläft dann da? wahrscheinlich Cut und wer ist das? Anna und wo ist denn Georg? das bist du und wo sieht man mich? ich sehe dich aber im Spiel wer ist jetzt gestorben? das ist jetzt gestorben das ist jetzt gestorben und diese hängt oder was? diese hängt ich verstehe nicht und wer ist das da? das ist Cut das ist so viel ja noch in Figuren auf einmal nein das ist jetzt Cut ok und das ist die Dogge die den Disco-Typ anrufen hat wo aufgelegt hat oder? Nina, hilf mir ich hab das versteht naja, hilf mir naja, hilf mir naja, hilf mir die Musik übersteuert die Musik überholt sich selbst hier sie übersteuert sich selbst die Musik will lauter klingen als sie selbst genau deswegen klingt das so laut aber wieso geht es so langsam? naja und der Hund ist auch ziemlich langsam ist ja auch mein Dogger hier hast du gesehen wie dick der ist, man? der kann nicht schneller laufen ne? die Musik ist so traurig wir hätten doch vorher traurig nehmen sollen bei dieses Spiel oje da ist ja der Mittelfingermann mit den Mittelfingerprothesen Spittelfingerprothesen komm her komm her komm schon her her komm schon los geht's wow fressen ich esse jetzt auf ey boing 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 voll fett aber voll krass ein Foto von diesem fliegenden Ding sehr Sonderesitz das ist japanisch echt ich hab gar nicht wissen was er war 3 3 zu fassen der Spiegelchen haha sehr also mit Handschuh Maschlauch 4 und die Musik Musik ist super ich weiß nicht wie sie auch 5 5 es ist es ist sehr gut sehr gut manche keine Ahnung Mannschaft 6 4 4 er hat sich Lille springt rüber Mario Prozent 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 Nein das steht steht irgendwas mit Motto Motto Prozent 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 auf Ausweichen, Ausweichen! Auf einmal Sonic-Musik oder was? Sonic-Musik! Also ich habe von mir angreifend wie Sonic-Musik geht's. Angreifend, aber mein Schuss! Sehr gut! Gradius Celsius Minus. Krass. Gerade. Motor, Motor! Aber das ist anders geschrieben. Vielleicht heißt es ja ehm... Imoto? Ja. Springen! Springen! Mario ähm... Brawl! Mario... Brawl! Mario Brawl! Schnapp sie dir alle! Kommt sie nur sofort? Oder hattest du ständig dieses Spiel gehabt? Das ist kein Minispiel, das ist ein Mikro-Spiel! Das ist ja noch besser, aber nur Fass sag ich dir. Microgame! Das hat das Schwert die Spitze schon abbrochen, wie kann man mit sowas noch greifen? Boah! Karwin! Ist gleich plus minus irgendwas! Verjagt sie! Schnell! Weg mit euch! Einer von den verdammten Viechern nicht überlebt! Das ist... Das ist gefinkelt! Hä? Das ist nur gefinkelt. Das ist auch ähm... Brawl. Katze oder Hund war das jetzt? Katze! Oh! Emoto! Boss! Boss! Boss-Dagel! Hey! Boss! Oh! Das ist... Das ist... Links! Du darfst nicht... Doodle-Jump! Doodle-Jump! Aber... Vertikal! gespiegelt! Aber der vorweg zum Teil! Kann ich irgendwie höher springen? Nein! Aber du musst nicht unbedingt alle auflösen! Mach ich aber! Okay! Okay! Ich mach nicht alle! Schau! Der Fuji! Hermann Fuji! Das ist... Oh! Japanisch! So voll japanisch angehaucht! Könnt ihr anhauchen? Tut es nicht! Tut es nicht! Tut es nicht! Wenn ihr es wert haben wollt! Kauft euch eine Wertcard! Der war eigentlich ziemlich gut! Wenn ich ehrlich bin! Wenn ich unerlich bin! Naja! Schnell! In die Magensäure! Ich wollte jetzt kurz sein! Und nochmal auf der Wolke landen! Habe ich immer gedacht! Habe ich gar nicht nötig! Das... Was? Ja! Erhängt! Eine als Geist! Der zeigt zwei Mittelfinger mit Prothese! Doch hier kommt Cut! Und... Schneidet ihm die Dolo! Ah! Ah! Schau siehst du! Oh ja! Er hat so richtig geschimpft! Also seine Mittelfinger sind ziemlich scharf! Oh! Die Dologe sind schwer! Oh! 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 Fx! Wie ausdauernd! Ha! Naja! 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 Immerhin! Schau! Die Erhängte lacht jetzt! Ich glaube Georg ist die Erhängte, oder? Oh! Die Mittelfinger zerfangen! Georg ist der Geist! Nein! Das ist Anna! Das ist Cut! Und wer ist die, die ich geschlafen hat? Ich glaube das ist Georg! Ah! Das war nicht Georg Braunhafer! Georg hat der Roschenhafer! Die Sonne geht wieder auf! Ja! Vielleicht ist es weiter, weil es Nacht war! Das kann auch sein! Aber schau! Komische Excuse! Erkennst du den Pan? Cut? Anna? Ha! 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 Da sind Georg, Dorsche gewonnen! Beeindruckend! Ja! Я блонд! Я блонд! Ich hab einen uns nicht oder wie auch das wurde heute super die für Kat und Anna wir haben hatten die Falle der Prinzessin hier und dann sind wir glücklich doch sie spaßexperiment eine Hilfe ist gefragt georg und muss sich das ist wissenschaftlich bewiesen erst ein Blödsinn Neuronen obwohl uns spricht er ist nett wenn sie spielen sind schwierig für Humanoide er hat auch georgte was eigentlich geschafft die Hirngröße ausreichend der sehr ganz schön mit cool Spiele von drüben die abgemischt trainieren sie auf dem Spielernetz wenn jetzt einen Bonus und über schlechtes Wetter reden wir nicht ein britisch dass sie mir spitz und die fette kohle unsere zeit verständlich wir haben echt Geld